Ich werde heute Nägel machen. Jetzt habe ich das wieder komplett versaut hier gerade. Ganz ehrlich, ich mache einfach meine Fingernägel, Leute. Boah, ganz ehrlich, ich merke gerade, ich habe einfach keine Ahnung von Nägel machen, ey. Was ist das denn? Das erinnert mich ganz ehrlich aus wie Donut-Nägel, ne? Oh, Fotos werden gemacht. Yay! Hey, Leute! Was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video und herzlich willkommen bei Spiel mit mir Apps und Games. Ich bin heute mal als Nageldesignerin unterwegs. Ich werde heute Nägel machen und ich bin in meinem eigenen Nail-Saloon hier unterwegs. Also mit dem Metzmer habe ich ja Tattoos gestochen, die sind gar nicht mal so gut geworden. Ja, mal gucken, wie es jetzt mit den Nägeln aussieht. Vielleicht habe ich es da ein bisschen besser drauf. Wir starten mal direkt. Ich bin ein sehr großer Fan von Nagellack und hübschen Nägeln und so. Ja, also ich habe halt so grüne Nägel, also so grün-grün und mit ein bisschen Glitzer-Glitzer. Wow! Juhu, juhu. Okay, genug. Ich bin sehr gespannt, was ich hier für Kunden habe. Oh, hallo. Das könnte halt auch meine Hand sein, ne? Also so like, for real, for real. Okay, die Fingernägel sehen gar nicht mal so gut aus und irgendwas ist mit der Hand passiert. Ich weiß nicht was, aber gut sieht es nicht aus. Wir machen erst mal so ein bisschen Handpflege hier, ne? Wir brauchen erst mal hier diese Creme hier, ne? Hier. Ja, 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 ja. Hier ein bisschen SOS. Und dann? Was passiert jetzt? Hand-Soap? Ja, ja. Wenigstens zeigt ihr mir schon an. Okay, I see. Ist ein bisschen dreckig hier, ne? Also Creme. Oha, einmal die Creme drauf, schon ist das Wehwehchen weg hier. Das geht aber schnell. Jetzt hier schön rüber schrubben, ne? Mit diesem Schrubber-Dings-Schrubber hier. Ähm, und jetzt mit dem Tuch noch. Das ist ja voll einfach. Man muss ja eigentlich nur diese Reihenfolge hier, äh, machen. Also so ganz einwandfrei sehen die Hände jetzt aber nicht aus, ne? Muss ich ja jetzt mal so sagen. Machen wir mal noch ein bisschen was drauf oder geht nicht mehr? Hm. Ganz schön geizig hier. Also mehr geht anscheinend nicht. Ich meine, hier sind ja immer noch so ein paar Namen. Aber gut. Also, wir werden jetzt erstmal die Nägel ein bisschen feilen. Uiuiuiuiuiui. Da kommt aber was ab, du. Achso, ich bin auch gar nicht richtig fertig. Na so. Die Nägel werden jetzt kurz... Das ist irgendwie voll komisch, das gerade zu machen. Ich weiß auch nicht. Ich mag übrigens diesen Nagelklipper überhaupt nicht. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr den auch nicht mögt. Das ist super stumpf, aber ich weiß nicht. Ich bin ja ein Fan von wirklich Firmennägel schneiden oder halt feilen, aber nicht dieses knippen, abklipsen. Irgendwie mag ich das nicht so. Na ja. Okay, jetzt feilen. Wir müssen hier richtig schön glatt polieren. Guck mal. Krass, was für ein Unterschied. Also vorher waren die Nägel ja echt so ein bisschen so broke. Jetzt noch die Hand... Achso, ja okay. Die Handcreme macht natürlich die trockenen Stellen jetzt hier, als wäre nichts gewesen. Guck mal, ein Träubchen. Und jetzt kommt die Farbe und ich bin sehr gespannt. Uh. Jetzt kann ich mir sogar die Form aussuchen. Oh mein Gott. Kann ich auch verschiedene ausprobieren oder muss ich mich jetzt feiner entscheiden? Das ist jetzt die Frage. Gucken wir doch mal, was am schönsten ist. Also runde Nägel. Also das wäre so, wie ich die habe. Dann so ein bisschen länger, so rund. Das finde ich auch schön. Hier schon so spitz, spitz und das schon spitz, spitz, ne? Die erinnert mich an mich. Also nehme ich... Ich nehme die, glaube ich, oder? Ne, komm, wir machen die. Wir nehmen diese Nägel. So, weiter geht's. Und jetzt kommt hier eine Farbe. Ganz ehrlich, ich mache einfach meine Fingernägel, Leute. Ich mache einfach meine Nägel. Juhu. Also, ich habe ja so, 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 so hellgrün. Warte mal hier. Das könnte schon... Hey, das könnte doch echt die Farbe... Ey, das ist ja Glitzer. Ich wollte gar keinen Glitzer haben. Also Glitzer ist schön, aber welcher Finger ist das denn überhaupt jetzt hier? Egal. Ich nehme mal grün. Ich mache jetzt mal... Ich habe zwar nicht so neongrüne Fingernägel, aber wir machen das jetzt mal bei ihr. Also, so. Schön. Schön. Oh mein Gott, ich kann ja noch so richtig schön... Oh mein Gott, was haben wir denn hier Schönes? So, so ein Schimmer. Oh, Lord. Ach so, jetzt habe ich das ein bisschen... Ach so, so Übergang, Übergang. Okay. Ich... Also, mir gefällt das. Ich habe zwar nicht diese Nägel, aber ist ja egal. Die Nägel, aber das ist schön. Oder... Oder Gold? Oh mein Gott, jetzt habe ich das komplett... Okay. Jetzt habe ich das wieder komplett versaut hier gerade. Jetzt mache ich alles ab. Oh mein Gott. Okay, Leute. Okay. Okay, also machen wir das mal nochmal, weil ich habe das ein bisschen versemmelt. Also, wir nehmen nochmal grün. Weil ich wollte halt auf einen Nagel so ein bisschen Highlight setzen. Also, halt noch so Gold, Gold, Gold. Wir lassen das mal erstmal grün. Ich weiß nicht, kann ich irgendwie mit den Nägeln hin und her switchen? Ah. Guck mal. Und auf dem Nagel habe ich Gold. Und das mache ich jetzt mal hier auch. Ich hoffe, das sieht gut aus, by the way. Hier so Gold, Gold, Gold. Was für... Es gibt mehrere Gold. Den? Na, das ist halt Gold, aber nicht so glitzert. Der ist langweilig. Oh, here is the sparkle. Ja. Ist okay, oder? Warte. Und das ist, glaube ich, dieses... Ah, Glitzer, 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 Glitzer. Das ist eigentlich auch ganz schön, aber das passt halt überhaupt nicht zu dem Grün, ne? Und das? Ich probiere halt einfach alles aus, weil ich mich nicht entscheide. Das ist so Rainbow-mäßig, ne? Und das? Sorry an die Kundin, ich muss alles ausprobieren. Das wird halt mehr passen, ne? Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ich mache das nochmal alles weg. Und ich möchte den Nagel, wie gesagt, so ein bisschen so Glitzer, Glitzer, Glamour-Schimmer haben. Wo ist denn das jetzt? Ist es dieses hier? Ja. Aber so ist mein Nagel halt nicht. Was ist, wenn ich Silber nehme? Boah, ganz ehrlich, ich merke gerade, ich habe einfach keine Ahnung von Nägel machen, ey. Was ist das denn? Ich dachte, ich kann das eigentlich, aber irgendwie... Komm, wir nehmen jetzt mal das und gucken einfach mal. Naja, ich weiß ja nicht. Also so richtig schön ist das jetzt wirklich nicht, ne? Ich hoffe einfach, die Kundin ist gleich zufrieden. Wir machen jetzt hier auch Grün. So. Wir könnten jetzt noch hier mit Glitzer und sowas, ne? Ich mache erstmal den Hauptlack drüber. So. Sieht echt nicht so gut aus. Oh mein Gott. Aber ich bin ja noch nicht fertig. Ich bin ja noch gar nicht fertig. Vielleicht können wir noch was machen. So. Ja. Okay, das sind nicht meine Traumnägel irgendwie, aber ist okay. So. Und ach, ich habe ja auch die andere Hand. Oh mein Gott. Muss ich beide Hände mal... Ah, nee, wir machen nur eine Hand, ne? Gott sei Dank. Das wäre ja auch viel zu viel Arbeit. Also das sieht jetzt echt nicht so gut aus, ne? Oder ich mache einfach alle so mit diesem Glitzer. Und so. Weil, warte, wir müssen nochmal... Ich muss nochmal an den Nagel ran, weil das gefällt mir halt nicht. Ganz ehrlich, ich habe irgendwie Bock auf Orange. Weil, ich weiß nicht. Ich finde, das ist voll schön. Außerdem passen Orange und Grün auch gut zusammen. Jetzt passt das wieder nicht, ne? Leute. Was ist hier los? Irgendwie... Ich brauche halt drei Jahre, um diesen Nagel zu bearbeiten. Aber ich finde es halt... Ich bin halt nicht so zufrieden. Und die... Ich muss ja zufrieden... Also eigentlich müssen die Kundinnen zufrieden sein, aber ich auch. Ja? Ich will ja auch ein bisschen mit meiner Kunst hier zufrieden sein. Deswegen, äh... Was mache ich hier eigentlich? Ich versauere halt alles. Komm, wir nehmen jetzt das. Ich probiere mich hier halt ein bisschen aus. Ja, so. So. Leute, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr meine Nagelkunst bewerten würdet. Und ob ihr euch bei mir die Nägel machen würdet. Ich wage es zu bezweifeln. Aber, ja, vielleicht habt ihr Hoffnung und sagt, ey, das ist doch eigentlich ganz nice. Wisst ihr was? Ich mache einfach irgendwas jetzt. Ich gebe jetzt einfach die Hoffnung auf. Aber guck mal, wie das jetzt bitte aussieht. Das sieht halt überhaupt nicht mehr gut aus. Sah es überhaupt gut aus jemals? Das ist aber doch die Frage, ne? Naja, wir machen hier so ein bisschen, äh... Guck mal, jetzt ein bisschen das hier. Ja, ja, ja. Sie wollte das halt so. Sie wollte so verschiedene Nägel so. Und hier machen wir jetzt vielleicht auch nochmal grünen Glitzer oder sowas. Oder irgendwie, keine Ahnung. Türkis oder ich weiß es nicht. So, diese... Bisschen hier, Glitzer. Juhu! Nehmen wir einfach das, so. Ich hab jetzt, ich glaub, seit 10 Minuten sitze ich hier in diesem Nagel. Mir reicht's jetzt. So. Bitte schön. Oh, Fotos werden gemacht. Yay! Ey, okay, das sieht echt nicht gut aus. Wir machen mal weiter. Aha, das, ah, das kann ich noch machen. Und alle, und... Alles, was hier kommt, ist dann dieses Plus-Abo-Dings-Bums-Gedöns. Dann nehm ich doch das. Sieht ja voll hübsch aus. Okay, jetzt, Leute, jetzt werde ich richtige... Jetzt werde ich wirklich schöne Nägel machen. Jetzt werde ich mich mal ein bisschen anstrengen. Ey, sorry an die Kundin eben, aber die hat sich ja nicht beschwert. Also scheint ja alles in Ordnung gewesen zu sein. Wir machen jetzt mal hier schnell die Hände wieder einmal ganz hübschi. Hübsch, hallo. Hier bitte auch. Okay, anscheinend nicht. Na gut. So, so. Und, äh, Nägel klipsen. Ja, 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 wir klipsen die. Wir machen die ab, damit wir dann halt gleich lange drauf machen können. Das macht auch Sinn, ne? So, die abmachen. Jetzt wieder alles ganz gesund. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Und jetzt fallen wir die natürlich. Und jetzt ist wieder alles blitzeblank. Bis auf. Hallo. D-d-d-d. Okay, ich wünsche dir, das wird auch im wahren Leben so schnell gehen. Einmal so dick und schon sind die Nägel fertig. So, noch ein bisschen Creme, 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 Creme. Perfekt. Okay, hier. Einwirken. Und dann geht es jetzt weiter. So. Und jetzt... Oh, ich kann mir gar nicht so viel Form aussuchen. Also ich kann gar nicht so krass lange nehmen, aber ist ja nicht schlimm. Hm. Ich nehme, glaube ich, die. Und jetzt mache ich wirklich ein bisschen schöner. Guck mal. Ich habe jetzt auch hier andere Möglichkeiten. Es gibt jetzt auch andere Farben. Uh, guck mal. Wie hübsch sie. Uh. Oh mein Gott. Wie geil. Und das ist ja auch geil. Oh mein Gott. Okay, das ist auch... Das ist natürlich auch geil. So richtig geile Rainbow Nails hier. Ich muss mir erst mal alles angucken, weil ich bin... Ich finde alles richtig geil gerade. Uh, das ist halt auch hübsch, ne? Das hat so ein interessantes Muster irgendwie, ne? Oh, ich mag's. Oder? Oder irgendwie doch nicht. Ich kann... Ich weiß gerade nicht, ob ich das so schön finde oder doch nicht. Auch einfach diese Glitzer hier finde ich schön. Oder einfach pinky. Weißt du was? Wir machen jetzt einfach pink-rosa Nägel. So. Tada. Das ist schön. Ich glaube, den machen wir auch nochmal pink, oder? Irgendwie. Das sieht irgendwie... Wie sah das nicht so nice aus? Oder halt dieses hier. Das ist natürlich nicer. So. Machen wir so. I like. Da kann mir keiner mehr sagen, dass es nicht gut aussieht. Ja. Ich weiß nicht, ob das wirklich so gut aussieht. Ich weiß es nicht. Was ist hier denn überhaupt noch alles? Ach, hier kann ich ja noch... Ich kann ja noch so viel machen. Wieso mache ich das eigentlich nicht? Ich mache das jetzt hier so. Diesen Lack möchte ich haben. Und jetzt schauen wir mal. Ah, I see. Oh mein Gott. Ich kann hier so... Oh mein Gott, Leute. Ich kann hier einfach so bunte Streusel drauf machen. Und das sehe ich jetzt erst. Das wertet ja das alles nochmal voll auf. Oh mein Gott. Ich kann auch Diamanten. Okay, das ist mir echt ein bisschen so viel gerade. Ne, Diamanten will ich nicht. Das finde ich auch nicht so schön. Das finde ich dann schon irgendwie so voll kitschig. Oh mein Gott. Das ist eigentlich voll hübsch. Warte, das mache ich mal kurz wieder weg. Das ist nicht so hübsch. Ich weiß es nicht. Also schon, aber irgendwie auch dich. Also es hat was Cooles, aber ich möchte lieber die Streusel haben. Was kann ich eigentlich hier machen? Ach, wie dick ich das haben will. Oh mein Gott. Leute, wir brauchen diese bunten Streusel. Ich finde die gerade richtig geil. Ich finde diese Streusel richtig cool. Ähm, ja, die Nägel sind jetzt nicht so... Äh, ich weiß nicht. Aber was ist denn... Können wir das nicht auch weg machen und nur Streusel drauf machen? Weil eigentlich müsste das doch gehen. Lass mal gucken. Wenn wir jetzt nur Streusel nehmen... Ganz ehrlich, das geht auch, oder? Kann ich da jetzt noch Lack drüber machen? Oder wie sieht das jetzt aus? Das muss ich jetzt mal kurz herausfinden, ne? Guck mal, ich könnte jetzt auch einfach so ein bisschen Glitzer. Glitzer mit Streusel. Also so ein bisschen schlicht, ne? Ja, hat auch was. Komm, wir machen das so. Wir machen ein bisschen schlicht auch. Hier das Gleiche. Dann habe ich zumindest jeden zweiten Nagel so ein bisschen, bisschen, bisschen gleich. So. Und hier nehmen wir auch ein bisschen Glitzer. Also ein bisschen, es wird ein paar Streusel. Und jetzt wieder pink. Jetzt ist wieder pink an der Reihe. So. Also ganz... Oder das ist eigentlich auch schön. Aber das ist nicht so... Sieht man nicht so doll. Dann sehen wir lieber das pink. So. Und wieder ein paar schöne Streusel. Also habe ich jetzt im Endeffekt überall Streusel. Aber wir mögen das. So. Das erinnert mich, ganz ehrlich, aus wie Donut-Nägel, ne? Weil auf Donuts hat man ja auch diese bunten Streusel. Und das sieht halt auch mit den Farben, ne? Ganz ehrlich, ich habe hier Donut-Nägel kreiert. Dieser eine, dieser Mittelfinger hier, der hat halt... Also der hat halt jetzt natürlich eine andere Farbe. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so schön finden soll im Nachhinein. Aber das kann sie entscheiden. Let's go for it! Uh, Foto-Session. Ja, also die Donut-Nägel haben mir sehr gut gefallen. Ich weiß gar nicht, welche ich jetzt besser fand. Ich fand beide nicht perfekt, aber die Donut-Nägel finde ich cooler. Und ganz ehrlich, die würde ich mir safe auch machen lassen. Also wirklich, wirklich. Und hier, wenn ich jetzt hier draufklicke, würde ich zwar gerne ausprobieren, aber dann musste ich halt hier irgendwie irgendwas kaufen. Und, äh... Nö. Das sehe ich nicht ein. Ich will gar nichts kaufen. Aber man kann sich ein bisschen durchklicken. Ich habe die Nägel gemacht. Die habe ich gemacht. Dann gibt es jetzt hier noch so richtig... Uh, sieht sehr nice aus. Space-Nails. Auch richtig geil. Mermaid-Nails. Auch richtig nice. Pixel-Art. Auch richtig cool. Also alles ist geil. Safari-Nails. Okay, das... Ich glaube, das wäre voll meins. So Safari, so mit Grün, Beige und so. Da bin ich voll dabei. Das wäre was für mich. Punky. Ist auch ziemlich nice. Rainbow-Nails. Love. Panda. Ach, wie süß. Also ich möchte Panda-Nails haben. Und Bunny. Das ist halt auch richtig süß. Christmas. Spooky-Nails. Okay, Leute. Bald fängt ja die Halloween-Season an. Also vielleicht mache ich ja demnächst auch nochmal ein paar Spooky-Nails. Wenn ihr das denkt, schreibt das doch gerne mal in die Kommentare. Und schreibt auch, wie gesagt, rein, ob ihr euch von mir die Nägel machen wollen lassen würdet. War das deutsch? Ja, ich glaube schon. Oder auch nicht. Ja, ich bin auf jeden Fall ganz zufrieden mit meinen Nägeln. Und so wie ich die hier gemacht habe, ist okay. Na, geht besser. Aber ich werde noch ein bisschen trainieren. Und ja, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Daumen nach oben nicht vergessen. Glocke aktivieren. Und wenn noch nicht passiert, natürlich abonnieren. Bye-bye.